Warum wir in Deutschland die niedrigsten Renten in ganz Europa bekommen und warum wir am längsten arbeiten müssen in ganz Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer hat dafür gesorgt, dass die Menschen in der Rente nicht genügend Geld haben, sondern nach einem Leben, nachdem sie 40 Jahre oder über 40 Jahre in diesem Land gearbeitet haben, sich immer an Recht und Gesetz gehalten haben, Steuern und Abgaben bezahlt haben, Sozialabgaben, dass sie sich trotzdem nicht gut von ihrer Rente leben können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daran ist doch diese Regierung schuld.